Schnee und Eis sind auf dem Weg zu uns. In der Nacht droht sogar richtiger Eisregen. Das kann sehr glatt werden am Dienstagmorgen. Schauen wir mal an, was passiert. Erstmal zieht Regen auf, im Norden kann es auch Schnee, Regen geben. Aber hier ab der Mittelgebirgsschwelle, da gibt es dann auch erst einmal, weil es ja sehr kalt ist dort, auch Eisregen, also Blitzeis. Das ist eine große Region, die hier betroffen ist. Das zieht sich vom Südwesten hoch bis nach Thüringen ins südliche Niedersachsen und dann runter bis zur Eifel. Also da kann es überall örtlich sehr, sehr glatt werden, selbst wenn nachher Schnee oder Regen drauf fallen sollte, kann es am Dienstagmorgen höllisch glatt sein. Also bitte aufpassen. So, was ist mit dem Schneefall? Das geht auch in der Nacht los, ab der Mittelgebirgsschwelle ebenfalls. Da setzt irgendwann Schneefall ein und zieht sich hier runter. Der Schwerpunkt liegt aber eher im Westen, also eher hier im Schwarzwald. Da sind mal 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee drin. Ansonsten hier Richtung Bodensee und Allgäu eine ganze Menge und im Nordstau, dem Mittelgebirge, schon mal bis zu 10 oder 15 Zentimeter Neuschnee. Im Tiefland schneit es auch, aber das wird am Dienstag wahrscheinlich eher mal wegschmelzen, also es wird vielleicht eher zu Schneematsch werden. Und je weiter man nach Norden kommt, desto weniger Schnee ist ja gefallen und ganz im Norden ist es tatsächlich noch zu warm für eine Schneedecke. Da gibt es nichts. Aber der Winter ist noch nicht vorbei, denn im Gegenteil, er fängt ja gerade erst an, also meteorologischer Winteranfang ist 1.12. Und der Winter gibt richtig Gas, denn wenn wir mal auf die weitere Prognose für die Woche gucken, dann sehen wir, dass hier im Süden extrem viel los ist. Also insbesondere bei uns im Allgäu und auch im Schwarzwald fällt immer wieder Schnee. Und in den Alpen geht es richtig zur Sache, denn wir sehen eine richtige Schneebombe, die hier auf die Alpen zugeht Ende der Woche. Da könnte es sogar in Osttirol 1 bis 2 Meter Neuschnee geben. Also der Winter gibt richtig Gas und bleibt auch erst mal, denn die nächsten zwei Wochen bleiben wohl auch in Deutschland erst mal winterlich. Und es könnte sein, dass sich die Winterprognose noch mal ändert. Das ist im Augenblick recht spannend, wie sich das gibt und wird sich vielleicht im Laufe der Woche noch mal ändern. Vielleicht wird der Dezember ja doch etwas kühler, als wir ursprünglich gedacht hatten. Aber wie gesagt, das ist noch nicht sicher. Da bleiben wir dran. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf www.weiser.com.